ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Mein Kontrollerkabel hängt mir im Bild. Spiel doch Counter-Strike mit Kontrollern, wenn du sowieso gerade so viel mit Kontrollern spielst. Nein! Nein! Jetzt spielst du nur Sachen mit Kontrollern, die sich mit Kontrollern gut spielen. Einer mindestens in der Mitte. Hm, glaub sind beide. Ja, beide. Nöge, für der zweiten Runde! Ja, damit rechnen die nie! Nee, tut mir so. Die haben wahrscheinlich... Die machen jetzt wahrscheinlich Echo, ne? Also du kannst so reinsprühen in die. Das heißt natürlich nur, wenn sie hier kommen, was sie nicht tun. Na, einer war hier. Der andere vielleicht bei dir? Ja. 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 Der andere bei mir. Aber die hatten Echo. Die hatten aber Echo, jetzt haben sie AK. Der Hammer. Dann muss ich sie wohl umpushen. Ach so, er wechselt jetzt. Ja. Hier auf jeden Fall was. halt holl 6 7 zu ich bin wie schön die da auch so zu zweit auf der stelle stand sich nicht wirklich gar busten oder so hinter dem einfach wir müssen sich auch nur und Das macht doch keiner mehr. Nee, leider nicht. Die Zeiten sind vorbei. Oha. Beide? Wir hätten ein bisschen was gefressen, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Der hat ein AWP gehabt. Ja, der hat ein bisschen was gefressen, auf jeden Fall von mir. 40 hat er gekriegt. Es ist bei uns sofort klar, wenn du die AWP aufnimmst, dass du sie in der ersten Millisekunde, wenn du kannst, sofort wieder droppst. Ja, ich nehme das Ding nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, nicht mal mehr im Loadout drin. Er spammt schon so? Krass, geh. Ich habe es ja auf V. Ach so, ja, in dem Fall dann V. Ja. Schön! Nein! Ja! Ja! Nee, ich hab die wirklich nicht mehr im Loader drin. Er hat einfach die AWP komplett rausgenommen. Ich hab die AWP komplett rausgenommen und hab dafür bei der M4s mit bei. Und du wechselst... Warte mal, das war jetzt aber nach langer Zeit mal wieder das erste Mal, wo du die Schalli-Empfe gekauft hast, oder? Nee, ich glaub, ich hab die im letzten Mal auch irgendwie zwischendurch mal gekauft. Ist das so? Aber ich tue es tatsächlich nicht mehr so oft, ja. Das stimmt schon. Boom! Boom! Nice! Sehr schön. Der andere ist vielleicht bei mir. Der ist mit Sicherheit bei mir. Gewesen. Der Emphorosaurus. Ja, wir sind auf Nuke das absolute Bombastenteam. Wir könnten auf Nuke eSportler werden. Äh, Quatsch, andersrum. Auf Vertigo. Auf Vertigo sind wir das absolute krasse Team und könnten eSportler werden. Aber auf Nuke kriegen wir dafür auf den Arsch. Ja, Nuke ist ja auch Schmutz. Ich find's so scheiße, dass man nicht mehr Lake spielen kann. Ich würde so gern Lake spielen. Nee. Also, Lake ist ja noch schlimmer. Ja. Lake ist einfach sein Nemesis. Alter, der hat wieder ne AWP. Wie oft kann der sich denn ne AWP leisten? Ich weiß es nicht, das frag ich mich auch. Die verlieren doch durchgehend. Ja, die verlieren durch... Der hat immer Geld für ne AWP. Jedes Mal. Das macht keinen Sinn. Ach komm, das war nicht auf dem Kopf. Das war sowas von auf der Rübe. Auf der Rübe. Aber genau! Da muss ich im Edit nochmal richtig schön ranzoomen. Und dann sieht man, dass es einfach komplett verehmt ist. Nee, ich hab den getroffen, siehste? 67 in Zweig. Es war genau auf seiner scheiß Rübe. Ich sag's dir. Warte, ich leg den in der M4. Fick dich, Counter-Strike. Fick dich. So ein Schmutz. Ich wusste, dass das drauf war. Die Saudi. Bei mir, beide. Jo, komm zurück, komm zurück. Ich versuch's. Schaff's aber nicht. Weil er eine AK hat. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich licence ü 그렇게 zu finnen. Ja. Wir wollen das ja, dass ihr kreiererchen habt. Wieso? Ich hab sie nicht mal im Loadout. Ich hab sie nicht mal dabei. Das Spiel will dir wirklich was sagen damit, ne? Boosten, komm, komm. Tryhard, tryhard, tryhard. Oh, der steht da oben drauf. Schön getradet. 13 in 1 in die Schulter geschossen. Mucho grande. Jetzt wird gepusht. Oh, ja, wollen wir? Wollen wir? Wollen wir gasen? Ach, scheiße. Wird's doch verkaufen können, Mann. Egal, wir gasen einfach trotzdem. Ich gasen mit Diegel. Das war ja schon immer ne sehr gute Idee. Wieso stirbt er nicht? Du stehst mir leider so im Weg, dass ich nicht schießen kann. Ich muss erst warten, bis du tot bist, damit du aus dem Weg bist, damit ich dann endlich auf den Gegner mal schießen kann. 78. Das soll einfach wieder nicht sein. So ist der, komm, aber, 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 aber Gasen. Mit der Juden MP5. Mit der guten Laborraten MP5. Er hat ne AWP, schon jetzt. Schon jetzt ne AWP. Ja, push ihn um. Komm schon, Mann. 69 und 15. Jetzt hat er, jetzt ist es schlecht. Jetzt hat er ne AWP. Jetzt muss mir der Scout versuchen, ihn zu headshotten. Ja, mit der Bombe Mitte ist ganz schlecht. Wenn du da stirbst, dann bin ich wieder gefickt. Ich hab ihn, ich hab den einen. Komm wieder zurück und komm über Stairs jetzt. Ich bin noch hier. Alles gut, alles gut. Der ist da. Jetzt brauche ich Hilfe, jetzt brauche ich ganz dringend Hilfe. Was? Schade, schade. 45 in 2, dieses Drecksgames. Komm schon, eine Runde. Komm, wenigstens unentschieden. Scheiß T-Waffen. Ja, das war der mit der AWP. Der ist ein bisschen übermütig geworden. Jetzt nicht alleine komplett rein. Warte, warte, warte. Jetzt hier, genau. Jetzt, ja, ja, ja. Ja, das steht dann noch hier. 17 in 1. Nimm die M4, bitte. Es wird echt immer schlimmer hier. Es wird von Runde zu Runde schlimmer. So, jetzt erst. Together we can do this. Jo. So, der wird wieder hinter dem Kasten stehen. Hinter dem grünen Kasten. Ja, rechts, rechts, rechts. Was? Sorry, er stand noch rechts. Bevor, als ich das gesagt habe, stand er noch rechts. Ja, okay, nochmal bitte. Ich schwöre, bei denen macht die Shotgun mehr Damage. Schieß doch mal, Mann! Meine Fresse! Das gibt's doch nicht. Ah! Er steht schon oben. Ja, wie gesagt, unentschieden ist wenig, wenigstens unentschieden. Wenigstens noch unentschieden. Dann ist es auch okay. Oh, oh! Mit AWP! Okay! Das zusammenspielen. Slow. Jawohl! We did. Zum страх. ensonете�電brische Wenn stand. Die Hölle. Danny. diese Begriffe heartig lashes assistance aus.